Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bounce. Heute am 12. wird es eine kleine Serverwartung geben. Es wurde aber angekündigt, dass in dieser Serverwartung nichts geändert wird. Es wird auch nicht gesagt, was in dieser Serverwartung gemacht wird. Also außerhalb der Serverwartung, die wir sowieso immer kennen, wurde die hier nochmal extra announced für uns Central Europe Time um 3 Uhr nachts. Und damit komme ich eigentlich auch schon fast zum Thema, weil ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch das wisst. Ubisoft geht mit Skull & Bounce ja einen Informationsweg, der ein bisschen anders ist, als ich oder ihr das vielleicht kennt. Es gibt kein Forum, es gibt keine YouTube-Videos oder sonstiges, sondern es gibt einen Discord. Und einen Discord, den habe ich hier mal aufgemacht, den seht ihr hier im Hintergrund. Und da seht ihr hier sowas wie Game News und dann steht hier, wurde gepostet um 17 Uhr, ey wir haben eine Serverwartung am 12. um 3 Uhr nachts und dass halt nichts geändert wird. Und das ist erstmal eine gute Info für alle von euch. Wer Discord hat, kann diesem Discord joinen. Ich versuche euch mal unten in die Wemo-Beschreibung den Discord von denen auch mit drauf zu packen. Ansonsten könnt ihr aber auch einfach in meinen Discord kommen, da steht eigentlich auch alles Wichtige drin. Aber das ist nicht genau das, was ich meine, weil hier gibt es eine ganze Batterie an verschiedenen Dingen und eine Sache, da bin ich drauf gestoßen, als ich das gesehen habe, musste ich erstmal ganz viel lachen und ich konnte es auch nicht so ganz glauben, weil ihr wisst alle, wir haben im Spiel ganz viele Fehlerchen. Habe ich vorgestern schon ein Video dazu gemacht, Bugs, Fehler und das schon seit Wochen. Und in diesem, das witzige ist, in diesem Discord gibt es einen Bereich Game Feedback. Und wenn man hier mal durchgeht und sich die Sachen hier durchliest, da sind, da ist wirklich Gold mit dabei. Also erstmal muss man sich überlegen, Ubisoft hat einen Discord erstellt, wo es Game Feedback gibt, Feedback Guidelines, Open Beta Feedback und Game Feedback. Das heißt, die wollen aktiv von uns Feedback haben und ich werde hier gleich ein paar Sachen euch zeigen. Das Feedback kommt, aber Ubisoft macht einfach nichts. Also das ist irgendwie, ich finde es sehr witzig. Wir gucken uns mal ein paar Posts an, die ich mir rausgesucht habe. Ich habe öfter im Stream gehört, dass ihr alle mehr Lagerhaus wollt und genau das hier wurde vor 8 Tagen gepostet. Ey, das Warenhaus ist zu kleiner, gib uns mehr Warenhaus oder lass uns die Sachen, die wir nicht brauchen, zerstören. Es gibt ja ein paar Items, Quest-Items, die man leider nicht zerstören kann. Das wurde hier vor 8 Tagen schon gepostet. Äh, 15 Likes, kann ich auch mal liken, aber kein einziger Dev-Kommentar. Den fand ich auch richtig gut. So könnte man das machen. Ihr wisst alle, es ist richtig, richtig nervig, wenn man oben links diese Infobox hat, die dann über den Manufakturen ist und andauernd aufkloppt. Und hier hat einer ganz schön gesagt, wie man es da machen könnte. Das Ganze vor 2 Tagen hat auch schon richtig viele Likes, wenn die auch einmal hochliken. Und hier gibt es richtig viele solcher witzigen Sachen. Den hier fanden auch viele cool. Er hat gesagt, was man hier alles nicht so machen kann als Pirat. Und dann hat er hier ein paar Bilder gepostet. Gar keine Quest. Keine, also nur ganze Manufakturen, alle voll. Fand ich auch sehr witzig. Und 260 Stunden gespielt, also so ähnlich wie ich. Also, äh, ja. Endgame-Content ist ein bisschen mau. Wer kennt es nicht? Den fliegenden Holländer. Auch sehr witzig. Den Bug hatten wir ja auch, ne? Das Seemonster, das Tod da rumliegt und wir können es nicht looten. Ihr wisst ja, der Bug kommt, wenn ihr es in der, äh, Attack-Animation tötet. Wir waren nicht die Einzigen, das hatten. Da gab es auch noch andere Spieler, die das hatten. Das Ganze gepostet vor 4 Tagen. Äh, 12 Uploads. Äh, kein einziger Kommentar von irgendeinem, von irgendeinem, ähm, Ubisoft-Mitarbeiter. Übrigens, wenn ihr euch wundert, gibt es hier Ubisoft-Mitarbeiter? Ja. Wenn ihr hier rechts guckt, da gibt es, also jetzt gerade sind 3 online, aber insgesamt gibt es richtig viele Ubisoft-Mitarbeiter hier. Das fand ich auch sehr witzig. Die Piraten, die nichts zu essen haben in ihren Tellern. Hatten wir auch schon ein paar Mal gesehen im Stream. Den Bug hier, den kannte ich noch gar nicht. Auch sehr witzig. Irgendwie eine Million an Schatzkarten. Kann sein, dass das mittlerweile schon wieder gefixt wurde. Aber ja. Wo will ich eigentlich drauf hinaus? Erstens, natürlich solltet ihr, wenn ihr Informationen zu Skull & Bones haben wollt, einem Discord joinen. Weil das ist heutzutage anscheinend, zumindest mal für Ubisoft, die einzige Quelle, wie man Informationen bekommen kann. Was ich sehr schade finde. Die andere Informationsquelle ist mit Abstrichen Twitter. Aber da wird kaum was von denen gepostet oder auch erst viel später. Deswegen, es gibt nur die Informationsquelle von Discord. Da finde ich es super witzig, dass sie einen Bereich einrichten, wo man Feedback geben kann. Und das Feedback überhaupt gar nicht irgendwo zur Sprache kommt. Wir warten immer noch auf den neuen Livestream, wo angeblich neuer Content gezeigt wird. Der ja abgesagt wurde wegen technischen Problemen. Also auch sehr mysteriös. Und heute kommt eine Wartung, die announced wird, wo aber nichts für den Spieler ersichtlich reinkommt. Also ich verstehe nicht so ganz die Philosophie von Ubisoft. Ich glaube, das ist das, was ich mit dem Video hier aussagen will. Und dass ihr dem Discord joinen sollt, falls ihr Informationen in Zukunft haben wollt. Weil der Lou jetzt nicht mehr jeden Tag ein Video für euch parat haben wird. Mit den heißesten, neuesten Informationen. Deswegen, joint auf jeden Fall im Discord. Joint auch unserem Discord. Dort könnt ihr auch immer noch Multiplayer-Suche machen. Falls ihr auch traden wollt oder so. Habe ich auch gesehen, in dem offiziellen Discord von Skull & Bones. Muss man jetzt 10 Tage erstmal Mitglied sein, bevor man da überhaupt tauschen darf. Weil die selbst im Discord Probleme mit Bots haben. Also für alle da draußen, die immer noch hier auf den Chat warten. Die haben so unfassbar Probleme mit Bots. Sogar auf ihrem eigenen Discord haben die Probleme mit Bots. Ja, was sagt ihr denn zu der Informationsbereitstellung von Ubisoft? Finde ihr das gut, wie das läuft? Ich meine, man könnte ja auch in-game durchaus hier Informationen teilen. Was ja ganz wenig gemacht wird. Aber halt nicht so, wie man es gerne hätte, um echt zu sein. Also, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Gestern habe ich ein Video zu Final Fantasy 7 Reverse hochgeladen. Wenn ihr das abchecken wollt, dann klinkt mal hier auf das Video. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow freuen. Über ein Like auf das Video. Und sage uns zum nächsten Mal Leute, haut rein.